Herzlich Willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Sonntag, den wir als Christen besonders feiern, zu dem Sonntag, an dem wir an die Auferstehung Jesu Christi denken. Ich lade euch ein zu einem Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist und ich das in ein paar Lieblingsversen, die ich zusammengefasst habe, mit euch teilen möchte. Und dieses Thema habe ich genannt, Jesus, der Name über alle Namen. Mir ist besonders diese Botschaft an diesem Sonntagsgottesdienst sehr wichtig, weil ich damit sehr viel für mein Leben verbinde. Ich halte mich fest an diesem Namen Jesus. Ich baue alles in meinem Leben auf diesem Namen. Das ist für mich die Richtschnur. Aber auch nicht nur das. Es ist nicht nur meinerseits, dass ich jetzt irgendwas mir aufbaue, sondern ich merke in meinem Leben und ich sehe immer wieder das Wirken des Namen Jesus im Leben und nicht nur im Leben, in meinem Leben, sondern im allgemeinen Leben vieler Menschen. Jesus ist derjenige, der heute nicht nur in meinem Leben, sondern in deinem Leben wirken möchte. Und Jesus ist derjenige, der heute tatsächlich diese Kraft, diese Bauer hat, auf die wir uns verlassen können. Deswegen möchte ich dir einfach wirklich zu diesem Sonntag ein paar Bibelstellen vorlesen, die mir wirklich immer wieder, also das ist jetzt nicht nur heute, sondern das sind Bibelstellen, die ich mir einfach rausgesucht habe. Die kam mir sofort in den Sinn, als ich mir diese Gedanken gemacht habe. Was möchte ich dir heute mitteilen? Und ich beginne mit einer Bibelstelle in Philippa Kapitel 2. Der erste Abschnitt ist Verse 8 und 9. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Es ist eine wunderbare Bibelstelle für mich. Jesus war derjenige, der sich erniedrigt hat, bis zum Tod am Kreuz. Das ist das, was wir am Freitag gefeiert haben, wo wir Freitag daran gedacht haben, an Jesu Leiden, an all das, was er getan hat. Das ist ein Riesenthema, über das man sich sehr lange unterhalten kann. War ein Riesenkampf, den Jesus da vollbracht hat. Und heute dürfen wir uns wieder an einen neuen Tag erinnern, an einen Hoffnungstag, an einen Tag voller Kraft, weil wir ganz genau wissen, Jesus hat diesen Tag nicht verloren, sondern er ist als Sieger hervorgegangen. Und dieser Vers 9 ist für mich so wichtig. Erstmal sicherlich Vers 8, wo wir sagen, er hat sich für uns, ja, für uns dahin gegeben. Er war gehorsam bis zum Tod, gehorsam dem Willen Gottes, gehorsam dem Plan, weil das nur der einzige Weg war, um die Menschheit wieder frei zu kaufen, zu erlösen, um die Schuld der Menschheit tragen zu können. Das war sein Plan. Und Vers 9 ist so wunderbar. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus, der Name, der über alle Namen ist. Heute möchte ich mit dir diesen Jesus teilen. Seinen Namen dir nahe bringen. Den Namen, der über alle Namen ist. Der Namen, der Hoffnung bringen kann. Der Namen, der Sieger ist. Der Namen, auf den man sich verlassen kann. Den Namen, der heute in dieser Welt das letzte Wort spricht. Und genau darum werden wir gleich reden. Aber davor lese ich noch eine weitere Bibelstelle aus Philippa im zweiten Abschnitt, Kapitel 2, Verse 10 und 11. Was passiert oder was bedeutet es heute für uns, dass sein Name über alle Namen ist? Es ist eine pure Hoffnung. Es ist eine pure Lebensenergie und Kraft, die wir hieraus bekommen, wenn wir diese Bibelstelle lesen. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Meine Lieben, wir leben oft im Leben und denken, dass wir tatsächlich vieles vielleicht anders machen würden. Vieles läuft nicht so, wie wir uns vorstellen, wie wir denken. Aber es ist wichtig zu verstehen. Hier sagt, Paulus schreibt dann Philippa und sagt, vor diesem Namen sollen sich beugen, aller Knie, aller Knie. Und dann zählt er auf, was meint er damit eigentlich überhaupt, wenn er sagt aller Knie. Und er sagt zuerst im Himmel. Ja, das heißt, die Kreaturen, die wir uns vielleicht ausmalen, über die wir spekulieren, die wir vielleicht mal gesehen, mal nicht gesehen haben, die wir vielleicht irgendwie beschreiben können oder auch nicht beschreiben können. Ja, das sollen Geister sein, das sollen Engel sein, das sollen Schöpfungen sein, die wir hier nicht körperlich oder leibhaftig erleben. Aber diese Kreaturen sollen sich alle vor Jesus verbeugen. Er ist der Sieger. Er hat den Kampf gewonnen. Und das ist das, was wir heute feiern. Deswegen ist die Botschaft für mich so wichtig und deswegen fange ich eigentlich mit diesen Bibelstellen auch sofort an. Und nicht nur im Himmel, sondern auf der Erde. Das heißt, wir werden den Augenblick erleben, wo jeder, tatsächlich jeder den Namen Jesus akzeptieren wird, erkennen wird. Und nicht nur deswegen, weil er alle beugen wird und zwingen wird. Nein, die Menschen werden erkennen, dass genau da tatsächlich die Wahrheit ist, dass da die Kraft herkommt, dass er tatsächlich derjenige ist, der aus seiner Liebe in diese Welt gekommen ist. Und unter der Erde passiert genau dasselbe. Ja, dass Tote lebendig werden, dass Tote Jesus anerkennen. Eine wunderbare Botschaft, die wir heute an diesem Tag besonders hören können. Das ist eine umso wichtigere Botschaft, die ich heute mit uns teilen möchte. Jesus ist der Name, durch den sich alles in meinem, in deinem Leben verändern kann. Und deswegen möchte ich dir heute diese Einladung geben, nochmal neu zu beginnen. Einfach mehr sich auf Jesus zu verlassen. Einfach mehr ihm zu vertrauen und mit ihm neue Schritte zu wagen. Oder auch vielleicht mal andersrum, wenn das das erste Mal, dass du den Namen Jesus in deinem Leben hörst, dass du einfach mal probierst, dass du sagst, okay, vielleicht bin ich tatsächlich aktuell extrem niedergeschlagen, belastet, voller Angst und ich versuche es mal. Vielleicht wird es mit Jesus besser sein. Ich garantiere dir, wenn du das tatsächlich aus tiefem Herzen, nicht einfach um irgendwas zu suchen und sich noch mehr zu distanzieren, sondern einfach auszuprobieren. Ich wette mit dir, du wirst niemals enttäuscht werden. Das habe ich in meinem Leben festgestellt. Es gab Dinge, wo ich gesagt habe, Jesus, wo gibt es dich? Jesus, bist du tatsächlich real? Aber ich habe immer ehrlich nach Gott in meinem Leben gesucht und ich habe feststellen dürfen, ihn gibt es real. Warum? Weil er gesiegt hat, weil er lebendig ist und weil er im Himmel wohnt und von dort aus regiert. Ihm gehört alles. Und vor ihm soll sich jeder verbeugen. Und jetzt möchte ich mit dir ein paar Bibelstellen aus Johannes-Evangelium betrachten. Das sind so Hoffnungsbringer, die ich so für mich nenne immer. Das sind Bibelstellen, die uns, unsere Persönlichkeit aufbauen sollen, uns stärken sollen in Jesus Christus. Johannes Kapitel 12, Vers 31. Das sind Momente, wo Jesus tatsächlich seine Jünger schon intensiv vorbereitet hat. Auf diesen Moment, wo er tatsächlich sterben wird für die Sünden der Menschen. Auf die Momente danach. Er hat ganz genau erklärt und gesagt und gezeigt, was in Kürze passieren wird. Damit die Jünger sofort verstehen können, wenn es soweit ist. Und er sagt, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Ihr Lieben, es gab einen Moment, bis zu dem Kommen Jesus, oder besser gesagt, bis zu dem Sterben von Jesus, gab es einen Moment, wo der Fürst dieser Welt der Satan war. Er hat regiert. Er hat diese Welt bei den Menschen, Gott hat das für die Menschen geschaffen, aber er hat diese Welt geraubt. Und er war der Fürst dieser Welt. Aber es kam der Moment, wo Jesus gesagt hat, dieser Fürst wird hinausgestoßen werden. Und oftmals stellen wir uns vor oder fangen an zu überlegen, wann wird das passieren? Wie wird das passieren? Aber Jesus meinte es ganz kurzfristig. Er hat die Jünger vorbereitet. Er wollte, ihm war wichtig, diese Botschaft jetzt gerade zu erklären, zu erzählen. Deswegen sagt er, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt, nicht irgendwann, sondern jetzt ist der Zeitpunkt da. Und wie, in welcher Form wird dieses Gericht über diese Welt ausgetragen, steht hier ganz klar, indem der Fürst dieser Welt hinausgestoßen wird. Im Grunde genommen bedeutet das nichts anderes, ihm werden die Schlüssel genommen. Er wird enteignet. Das, was ihm eigentlich sowieso niemals gehört hat. Er hat es ja geraubt. Aber das wird bei ihm wieder zurückgenommen. Dafür musste Jesus leiden. Dafür musste er sterben. Dafür musste er sein Opfer bringen. Aber er sagt, das ist das Gericht. Und der Sinn dieser ganzen Situation ist, dass er hinausgestoßen wird. Das bedeutet für uns heute nichts anderes, als dass die Tatsache, dass der Fürst dieser Welt Jesus Christus ist. Und das ist eine wundervolle Botschaft, die ich heute mit dir teilen möchte. Wenn du heute der Meinung bist, dass alles untergeht, dass alles schlimm und böse ist, dass es keinen Ausweg gibt, dass es nur noch schlimmer wird, so möchte ich dir heute gerade in unserer Zeit aktuellen, die tatsächlich so aussieht, Hoffnung zu sprechen, Kraft zu sprechen und nochmal dich daran erinnern, Jesus ist der Fürst dieser Welt. Ich möchte dich ermutigen, neue Kraft bei ihm zu suchen und zu fragen, Jesus, was kann ich in deinem Reich tun, damit diese Zeit sich schneller zum Besten wendet. Ich möchte einfach ein Gelenk in deinem Himmelreich sein, damit wir es auf der Erde besser haben. Die nächste Bibelstelle, die Jesus hier erwähnt oder Johannes niederschreibt und die Worte, die Jesus hier sagt, in Kapitel 14, Vers 30, Ich werde nicht mehr viel mit euch reden. Er sagt das in dem Sinne, dass er nicht mehr viel Zeit hat, mit den Jüngern zu reden, den Jüngern irgendwas zu erklären. Und dann sagt er warum. Denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er merkt, er sagt, dass dieser Fürst dieser Welt im Anmarsch ist. Er ist am Kommen, um diese letzte Schlacht mit Jesus zu veranstalten. Diese Schlacht um Leben und Tod. Entweder Jesus oder Satan. Er sagt, er kommt. Er ist unterwegs. Er bereitet sich gerade vor. Und deswegen habe ich nicht mehr viel Zeit mit euch zu reden, euch alles zu erklären. Aber ich möchte euch was sagen. Und das sagt Jesus so sicher. Er sagt, er hat keine Macht über mich. Und ich möchte diese Worte wiederum sofort auch in dein Leben weiterleiten und sagen, egal wie schwierig es ist, Satan hat keine Macht über dich. Du sagst vielleicht, aber ich habe mit ihm sehr vieles an Hut. Ich habe so viel mit ihm unternommen. Er hat so viel in meinem Leben. Vielleicht. Aber das ist das, was du ihm freiwillig gegeben hast. Freiwillig. Es heißt nicht, dass er das tatsächlich dir gesagt hat und du gesagt hast, okay, ja, ich mache es. Nein, vielleicht wurdest du betrogen, belogen, überlistet. Aber es waren deine Entscheidungen. Und du hast heute die Möglichkeit zu sagen, ich nehme das alles wieder zurück und stelle es unter den Schutz von Jesus Christus. Weil ich weiß, dass der Satan dann keine Macht mehr über mich hat. Das ist das, was du heute tun kannst. Wenn du heute Schwierigkeiten hast, Kämpfe hast, Niederlagen erlebst, immer wieder, immer aufs Neue, dann kannst du heute sagen, Jesus, befreie mich. Und du kannst zu diesen Sorgen und Problemen in deinem Leben sagen, ihr habt keine Macht mehr über mich. Ich spreche mich frei von diesen Sorgen. Vielleicht vergehen noch Jahre, bis du komplett wieder raus bist. Aber dieser Schritt wird auf jeden Fall etwas in deinem Leben komplett verändern. Wenn du schon oft viele Schritte gesagt hast und Jesus einfach raus hast, dann kannst du jetzt heute gucken, was dich noch festhält in der Macht des Satans. Und du hast die Möglichkeit, dich heute auch davon freizusprechen. Und wir schauen uns noch eine Bibelstelle an in Johannes Kapitel 16, Verse 8 und 11. Ich überspringe ein paar Verse, weil es mir wiederum, wiederum ist mir hier ein Gedanke wichtig, den ich dir nahe bringen möchte. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Und dann steht hier weiter, er zählt auf und dann steht und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist, der in diese Welt kommen soll, soll der Welt bestimmte Dinge offenbaren. Das ist das, was der Heilige Geist heute tut. Und eine seiner wundervollsten Aufgaben ist, der Welt zu offenbaren, den Menschen zu zeigen und zu erklären, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Dass er verurteilt ist. Dass er entmachtet ist. Dass er keine Kraft hat. Dass er keine Macht hat. Dass du als Mensch über ihn stehst. Über ihn stehst. Und all das, wo er noch versucht, dich zu lenken, zu manipulieren, dich zu steuern, ist eine freiwillige Sache, wie ich davor schon gesagt habe, die du ihm erlaubt hast in deinem Leben. Vielleicht wusstest du es nicht. Vielleicht hast du gedacht, es gibt tatsächlich sehr viel Lehre darüber, dass er der Fürst ist. Dass man vor ihm Angst haben soll. Ich möchte dir heute diese Hoffnung aussprechen. Du brauchst vor ihm keine Angst haben. Du brauchst vor dem Dunkeln keine Angst haben. Du bist heute auf der Seite des Lichtes. Und wenn du das noch nicht bist, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, die Position zu wechseln. Indem du das Blut Jesu Christi aufrufst und seinen Sieg in deinem Leben ausrufst. Ab diesem Zeitpunkt stehst du unter seinem Schutz und hast die Möglichkeit zu hören, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Es geht nicht um Gericht, das auf uns Menschen kommt in diesem Bibelfers. Es geht nicht darum, dass Gott uns richten wird, die wir in der Welt leben. Es geht einzig und allein darum, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist das, was wir heute wirklich besonders feiern dürfen, indem wir daran denken, dass Jesus Christus auch verstanden ist. Ja, er ist wahrhaftig auch verstanden, aber das ist nicht alles, dass wir das aussprechen und weiterhin wie Sklaven dahinvegetieren müssen. Es hat eine tiefe Botschaft in sich. Es kann dein Leben verändern, dir Kraft geben. Und deswegen möchte ich dir noch eine Bibelstelle für heute hinterlassen aus Johannes Kapitel 16 wiederum Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mein Lieber, wenn du noch heute einen Angstzustand hast, wenn du heute Zweifel hast, wenn du heute in Hoffnungslosigkeit dahinvegetierst, so möchte ich dir die Hoffnung aussprechen, Jesus ist auferstanden. Seht hin, das Grab ist leer, das bedeutet nichts anderes, als dass Jesus lebendig ist. Der Sammel ist in diese Erde gefallen und viel Frucht hervorgebracht. Und deswegen kannst du heute ein Teil dessen sein, der die Frucht in dieser Welt wirkt, der Jesus heute repräsentiert, der über dem Teufel und über der Dunkelheit herrscht und stehen kannst. Er kam in die Finsternis, aber die Finsternis konnte es nicht erfassen. In diesem Sinne wünsche ich dir besonders heute und morgen, wo die ganzen Christen darüber denken, nachdenken, sich daran erinnern, auch wenn wir heute tatsächlich sehr eingegrenzt sind, wünsche ich dir insbesondere, dass Jesus in deinem Leben real wird. Nicht nur heute und morgen, sondern ab heute und ab morgen. Ja, dass sich etwas in deinem Leben verändert und dich zu einer anderen Persönlichkeit macht. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal mit Gott.